Hallo, 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 hallo. Schöne Adventszeit hoffentlich bei euch. Ja, heute haben wir mal eine Mutmach-Mail von Anna Trebschkula. Wenn du auch solche Fragen an mich hast, kannst du über das Formular auf Liebeschip gehen, wo du auch natürlich meine spannende Arbeit findest. So, damit du in den... Hallo Christian, damit du in den Videos nicht immer dir die Haare raufen musst, das ist nett, dass du an mich denkst, schreibe ich dir mal die Geschichte einer wirklich schönen Beziehungsanwarnung. Vielleicht magst du sie in einem Video vorlesen. Dein Tag heute? Es muss ja nicht immer toxisch sein, ja, das freut mich. In meinem Sonnenurlaub lernte ich Anna Trebschka kennen und sie erzählte mir, wie sie ihren Partner Boris Lepschkolov kennengelernt hat. Mitte 30 wohnte Anna Trebschka noch in einer Großstadt in Turkmenistan. Sie hatte einige nicht-toxische Beziehungen hinter sich, jedoch nicht als gäbe von Eiwan. Ihr Job machte ihr noch mäßig Freude und so erfüllte sich ihr Traum und sie zog in die Turkmenischen Alpen. Dort arbeitete sie in einer Hütte, also ich vermute mal, dass du das bist, in einer Hütte hoch oben auf dem Berg. Die Hütte war nur zu Fuß erreichbar, na, Turkmenistan haben sie ja auch keine Gondeln, und bot Tourenwanderern meist nur für eine Nachtunterkunft. Sie arbeitete in einem klasse Team, hatte viel Begegnungen. In ihrer Freizeit wanderte sie in den Bergen und fuhr Snowboard. Gute Wahl. Kurz, sie machte sich Anna als geiles Leben, und zwar alleine. Immer eine richtig gute Basis, kann ich nur sagen. Nach fast zwei Jahren erschien Boris Lepschkopf im Kreise seiner Wanderfreundin in der Hütte. Sie fand ihn sofort sympathisch und tat das, was eine Frau zu tun hat. In der Polarität, denke ich, meinst du. Sie bediente ihn zuvorkommend, redete ein paar Sätze mit ihm, mehr als üblich, lächelte, strickte sich durch die Haare. Good job. Jedoch die einzige Frage, die er stellte, war, bis wie viel Uhr er Bier bestellen konnte. Ja, Männer sind manchmal einfach so fucking dämlich. War ich früher auch. Aber das ist alles, was man lernen kann, das Signal einer Frau zu deuten. Macht den Datingkurs, liebe Männer und die Frauen. Sie dachte sich Schulterzucken, na dann halt nicht, und er zog davon. Eine Woche später tauchte er aber wieder auf. Der gleiche Ablauf, zu vorkommender Service von ihrer Seite. Keine Nennenswertreaktion von seiner. Jetzt kamen die freundlichen Helfer ins Spiel. Boris Lofskopf, Freunde fragten ihn nämlich beim Abstieg, ob er sich denn diesmal die Telefonnummer einer netten Kellnerin hat geben lassen. Ja, denen ist es aufgefallen. Er, welche Kellnerin? Oh, die, ja, die war wirklich super nett. Und sie hätte ihn wirklich angelächelt. Also man weiß es manchmal natürlich nicht. Manche Menschen sind einfach von Natur aus sehr nett und flirty. Aber was er macht jetzt genau das Richtige, er geht das Risiko ein. Das ist im Sinne der männlichen Polarität Risiken eingehen. Zu Hause angekommen entschied Boris Lofskopf, das Schicksal der Universum entscheiden zu lassen. Er nahm sich vor, auf dem Festnetzanschluss der Hütte anzurufen. Wenn sie an das Telefon gehen würde, würde er nach ihrer Telefonnummer fragen, sonst einfach auflegen. Ratet mal, wer den Anruf entgegennahm. Anu Steffka. Sie verabredete ein Treffen am nächsten Wochenende im Tal. So läuft, also so stelle ich mir Dating vor. Hervorragend. Alles real kennengelernt. Beide sind in einer Polarität. Beide machen, was sie zu machen haben. Und dann läuft das auch. Meere treffen Folgen, das fühlte sich alles passend an. Nach gründlicher Durchleuchtung eintet man sich auf eine gemeinsame Wohnung im turkmenischen Süden. Ja, der soll ja auch ein bisschen wärmer sein als der Norden. Anu Steffka kam vom Berg. Boris Lofskopf zog ein bisschen um. Sie nahm einen neuen Job an. Er wechselt den Job innerhalb seines Unternehmens. Wenn es laufen soll, dann läuft es halt. Ja, wenn beide am Start sind, dann kann noch was draus werden. Und nicht nur mal einer oder eine. Beide arbeiten an ihren Standards und fanden Kompromisse. Sie ist übrigens wesentlich älter als er. So viel zu Altersunterschieden. Seit über zehn Jahren sind die beiden nun ein Paar und ich durfte sie auch zusammen kennenlernen. Ah, das bist doch nicht du. Okay. Sie wirken immer noch sehr aneinander zugewandt und liebevoll, jedoch keineswegs einengt. Was lernen wir also? Ein heiß geiles Leben machen, Geduld haben und sich dem Universum und seinen Helfern anvertrauen. Ja. Dann findet sich der passende Partner sogar auf einem einsamen Berg. Die Anziehungspunkte sind die Anziehungspunkte. Und solange man sich nicht zu Hause einmauert und selbst da kann es der Postbode sein. Ja. Wird auch irgendwas passieren. So sind die Gesetze des Universums. Herzliche Grüße von einer, die den toxischen Weg ging, aber bereits im nice geilen Leben angekommen ist. Ja, Grüße gehen raus an deine Freunde und hoffe, sie haben weitere schöne, zehn schöne Jahre. Unter anderem dank dir, Christian. Grüße gehen raus und genau. Macht mit bei der 30.000 Abonnenten Challenge bis April, abonniert meinen Kanal, gebt meine Arbeit weiter. Sehr schöner Dank und Respekt an mich. Könnt auch gerne die Kanalmitgliedschaft, freue ich mich auch sehr drüber, in Anspruch nehmen, wenn ihr was zurückgeben wollt. Und ansonsten macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.